So, dichtig. Unschlaubert das Wasser wieder. Der Wasserumflug. Zwei Kilometer. Zwei Stunden unterwegs, oder? Zwei Stunden. Ein gemütlicher Schritt. Was ist jetzt gewesen? Ein altbombrecht wie Bacherl? Ja? 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 Ja, wir holen das Auto. Hey! Ja? 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 So, heute ist Donnstig. Donnstig ist heute. Ja? 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 Fynn, 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 Fynn. Du bist eine fette Niede. Ich hatte einen Vollschock. Das Bahnmanne habe ich verloren. Das Bahnmanne habe ich verloren. Es ist ja nicht viel Geld drin. Nein! Es ist nicht viel Geld drin. Wir machen den Rösten. Nein! Nein! Ah! So, wir werden kontrollieren. So, Gott will. Tragen wir nicht. So, das ist ein tiefster Wahlzimmer. Im Prinzip beim Überschwemmungsgebiet. Jetzt ein Sturzfluss. So, das war ein Vortrag. So, wie man was das? So, die haben wir nicht mehr und so weiter ist. So, das war das Kiste. So, das war das Kiste nicht. So, das war es für den Kiste. und ja ja Varte. Wald geht zu Hause. Du hast den Huch gewacht, den Stein hast du wieder geholt, das ist okay.